hallo und willkommen zurück meine freunde zu einem weiteren teil eurotrack simulator 2 wir haben unsere pause hier gemacht unsere lenk und ruhezeit haben wir eingehalten und jetzt meine freunde haben wir noch schnell ein bockwürstchen gegessen gehabt werden wir unsere tour abbringen die wir noch immer aus southampton am fahren sind und zwar wollen wir ja definitiv nach berlin und da sind wir jetzt gleich und dann werden wir schauen dass wir vielleicht noch eine tour nach gimsby fahren ich bin mir da noch nicht sicher so wir sind definitiv wie gesagt wir sind definitiv auf dem weg jetzt nach berlin wir haben jetzt noch 83 kilometer dann sollten wir da sein es ist mittlerweile nacht geworden und da stehen sie schon wieder auf der autobahn und dann müssen wir hier die spur wechseln auf jeden fall ein blinker schön aus gibt es und dann gucken wir mal das war ich oder wir hoffen mal auf jeden fall etwa jetzt nicht zu spät sind meine freunde weil wir haben jetzt geschlafen aber wir mussten auf jeden fall schlafen weil alles andere hätte keinen zweck gehabt dann schauen wir mal dass wir hier vernünftig runterkommen von der autobahn so und dann berlin unsicher machen damit wir endlich unser bauholz wegbekommen so so Oh, da waren wir ein bisschen schnell, meine Freunde. Da waren wir ein klein wenig schnell. Wir sind noch immer ein bisschen zu schnell. Also wir sollten uns jetzt wieder konzentrieren. Es ist immer nachdem wir eine Pause gemacht haben, wieder reinzukommen, wieder in die Tastatur. Wir fahren ja immer noch ohne Lenkrad, obwohl das Lenkrad hier neben steht, meine Freunde. Aber ja, wegen dem Mikro habe ich es nicht angeschlossen. So, dann fahren wir jetzt mal hier rum. Da springt auch schon die Ampel um. Und dann werden wir jetzt mal unser Holz abliefern. Dann müssen wir tanken, wir müssen zum Edeltuner überall müssen wir jetzt noch hin. Ah, nein, ich bin viel zu weit. Scheiße, scheiße, scheiße. So, jetzt sollen wir hoffen, dass jetzt hier nichts passiert, meine Freunde. Wir müssen schnell Gas geben und agieren. Da haben wir gepennt jetzt. Ich sag ja, ich bin noch nicht wirklich dabei. Komme ich da rein? Ja. Ich komme da definitiv rein. Ging noch mal gut, so gerade. Ja, ich weiß, tut mir leid, mein Freund. So, machen wir hier oben die Lampe wieder aus. Aber ich habe gepennt gehabt. Dafür werden wir jetzt das Holz hier wunderbar abliefern. Schnell rückwärts da rein. Und dann schmalz, drücken wir den schön sauber rein. Dass wir gerade jetzt da reinkommen. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wie das da aussieht auf der Seite. Aber das sollte gerade sein, normal, meine Freunde. So, da stehen wir schon. Machen wir aus. So, und dann werden wir mal ein Screen machen, meine Freunde. Screen ist immer wichtig. So, da haben wir den gemacht. Ja, und dann muss ich eintragen. Ganz klar müssen wir jetzt unsere Tour hier eintragen. Und zwar muss ich natürlich wahrscheinlich wieder neu mich einloggen. Ja, das war mir klar. Aber das lag auch definitiv daran, dass wir Ruhepause gemacht haben. So, okay. Wir wollen jetzt definitiv den Auftrag abschließen. Screenshot haben wir... Ah, nein, 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 puh, 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 c, zurück. Also, Gesamtverdienst abzüglich Schaden ist 32.000... Na, 32.000... Was habe ich gesagt? 123. Jawohl, stimmt. Okay. Bitte warte, 0 haben wir Schaden an der Fracht. Okay. Aktueller Touren-Kilometer-Stand ist... Oh, erstmal wieder ein, ja, ein Punkt. Wo gehen wir es hin? Zerbrechlich, Just-in-Time-Lieferung, Fernfahrten haben wir geskillt. Ich würde jetzt auch mal hier erstmal auch auf Tank gehen, sparsame Fahrweise. Äh, so. Also, unser aktueller Kilometer-Stand ist... 10.017. 10.017, habe ich gesagt, ne? Äh, genau, 10.017, okay. Eingetragen und die Tour haben wir abgeschlossen. Dann, äh, bedanke ich mich fürs Zusehen, meine Freunde. Oder ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir noch? Doch, es ist jetzt zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mal gerne hier in die Stadt schauen, was wir hier beim Tuner so alles freigeschalten haben. Also, ich werde jetzt mich zum Weg zum Tuner machen. Und wenn ich beim Tuner bin, dann werde ich wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss, ciao. Und, bye, bye.